Die Charter des Lebens garantiert. Das menschliche Leben ist unantastbar, von der Empfängnis bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres. Im Alter zwischen 13 und 18 Jahren können Eltern ein Kind umwandeln lassen. Die Umwandlung folgender Personen wurde beschlossen. Connor, mehrfach auffällig geworden. Probleme mit Regeln und Autorität. Reza, Waisenkind. Leistungen nicht ausreichend. Lev, entzieht sich widerrechtlich seiner Bestimmung als religiöses Opfer. Diese Personen befinden sich auf der Flucht und müssen umgehend den Behörden übergeben werden, um die Umwandlung durchzuführen. Die Umwandlung ist schmerzfrei und dient dem Wohl der Gesellschaft. Sämtliche Organe und Körperteile werden von der Nationalen Umwandlungsdatenbank an berechtigte Empfänger vermittelt. 8. Endulate www.aderman-alchest.com 19.ª 20.ª Pr копieren 20.ª 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 22.ª 21.ª 21.ª 22.ª